Das ewige Wahrzeichen, keine Dolmetscher, doch aus Panschweins werden Schlag Magazin, Relax, lehnend am Gitterzaun im Park Schieß dein Kugeln auf deine Bande wie beim Flipper Automat Elitäre Machtzickel, JBG3 Bring in Echo direkt in die Hood, Teil auf meiner Liste Doch es ist lange nicht vorbei, dem Beamten trifft das Blei Und als JBG kann man... Hallo, was geht ab Leute, willkommen bei mir auf dem Kanal zurück Heute kümmern wir uns mal nochmal um die JBG3 Nachwuchsbox Platinum war gestern Box, kann man sagen Und mittlerweile sollten A2-DVDs von JBG3 rausgekommen sein Die Box an sich hatte ich noch nicht gemacht Kann vielleicht sein, dass sie mal noch machen, aber eigentlich nicht Weil ich habe sie nicht komplett bekommen mit allen Sachen Und deswegen wollte ich das eigentlich nicht zeigen Die habe ich mir jetzt mal noch geholt Bei Amazon ist es glaube ich noch ein paar Stück sind noch vorhanden Für 45 oder 50 Euro Ich habe sie für relativ wenig Geld bekommen Aber die wurde halt schon mal ausgepackt Aber das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm Ja, relativ schwere Box Also ich bin echt gespannt was so drin ist Dann habt ihr hier nochmal Bang & Music, Adobe, Kilt, etc. Die Deppshop, die ganze Sachen, was Kollegah und Farid zusammen haben So, packen wir das mal aus Gucken wir mal rein So Also die Box ist komplett so Ich habe die komplett nochmal bekommen zum Glück Und ja Ach, ist sogar noch eingepackt teilweise Cool Ja, packen wir erstmal alles raus Was wir so am Start haben Oh, das ist das Fotobuch wahrscheinlich Gucken wir mal, ob es das Geld loanenswert war oder nicht Also ich habe da eine schöne Box zum hinstellen Finde ich schön Wenn man schon eine Box mit hat Also wenn es eine schöne Box ist Ja Ja, haben wir hier dann hier die Code-Sachen jetzt von Farid und Kollegah Wer es das geben möchte Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist Aber jetzt nicht zu relevant für mich Dann haben wir schon mal die erste Musik Die Nafi Trap EP Können wir gleich mal aufmachen Der Mavi, das ist ein schönes Ding Brauch ich will kein Messer Das ist sehr schön Und es fällt erstmal auf Die CDs sind nicht in einem Case drin Okay Dann werden sie wahrscheinlich hier mit drin sein Wie beim Cido wahrscheinlich So So sieht es aus Noch mal 5 extra Tracks Mal gucken So Wie sieht das Ganze dann aus Genau So Extra Tracks sind immer cool Freue ich mich schon wieder Vor allem Volume 1 Volume 1 können wir auch mal denken Gut, dann kommt vielleicht noch mal was Aber ich glaube nicht, dass die noch mal zusammen Jetzt sowas raushauen werden Dann würde ich sagen Gucken wir uns erstmal das Bild an Das Bild ist sehr dick gedruckt Und auch ein bisschen rau So vom Anfassen Merken wir sofort Perfekt natürlich zum Hinhängen Und das war Ich will mal kurz ranzoomen Und das war zur Echo Verleihung gewesen Wo sie sich entschuldigt haben Für die Sachen Was halt da gesagt worden Dass das vielleicht doch Manche Grenzen ein wenig überwunden hat Und was ich noch dazu sagen muss Wer es gesehen hat Und sich denkt So der Penner Die was das gemacht haben Oder so Schaut euch an Von dem Fahrrad Wurde damals von den Medien Das rausgeschnitten Wo er sich auch mit entschuldigt hatte Und das finde ich sehr gemein Natürlich nice So dann kommen wir zu dem Buch Also sehr 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 dickes Buch Muss man echt sagen Also richtig krass Und Ah ok Hier haben wir die CDs schon mal Haben wir wie so einen kleinen Einwand Einband oder wie auch immer das heißt Einmal mit Instrumentes Und einmal mit Finde ich auch gut Dass das nochmal extra geschützt ist Das einzige was ich sagen muss Was ich an den Dinger nicht so toll finde Dass das natürlich Nicht ewig halten wird Gehe ich mal ganz stark davon aus So gucken wir mal kurz Was hinten noch mit drauf ist Ob da auch mal was zu sehen ist Nö Haben wir hier nochmal Devshop und Banger Zeug Was auf der CD an sich auch drauf ist Das ist leer Schwarz gehalten Finde ich gut so Ja ist natürlich ein riesiges Buch Also so ein Fotodruck Die ganzen Sachen Ich zeige es euch jetzt Heute mal Aus dem Grund Weil das natürlich Jetzt entweder nur noch Minimalistisch erhältlich ist Und da kann man natürlich Mal etwas rein klettern So gucken wir mal rein Ist natürlich mega geil Gerade für Fans jetzt Wie für mich jetzt Unter anderem Richtig top Bilder Vor allem auch extremst viele Bilder Muss man sagen Hier von König Satteland Von JTG3 wahrscheinlich Von der Tour Rooster Das sieht auch geil Ja das ist schon mag ich dann so Also da muss man echt sagen Echt krass 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 Aber sollte natürlich auch mit dabei sein Für 50 Euro Ja mega fett Ja das ist schon geil Muss man schon sagen Gerade für Fans Ist es natürlich richtig geil Wenn ihr das natürlich wollt Dass ich das nochmal komplett Mit euch angucke oder so Haut es mir gerne in die Kommentare rein Wenn ihr die Chance nicht hatte Das zu sehen Dann mache ich das gerne nochmal extra für euch Aber die CDs heute Unterwegen Das wundert mich Gott Ja die CDs Die brauchst du jetzt nicht auspacken Die sind halt wie die CDs heute sind Mit den Einwand und so finde ich auch mega cool Ja dann kommen wir zum letzten Inhalt Wäre dann Ich habe Glück gehabt Dadurch ist der Kollege Favorisiert dafür Habe ich natürlich gleich Das wusste ich nicht Auch gleich mit die Postedition bekommen Weil es gab einmal eine Banger Edition Und einmal eine Postedition Schön mit Gold gehalten Und ja Fühlt sich gut an Schwerer Stoff Meiner Meinung nach Und ja an sich Wie gesagt muss man halt aufpassen Gerade mit den Sachen Dass es immer andersrum waschen tut Was dann nichts passieren kann Und ja Ich werde es jetzt diesmal wieder nett anziehen Weil ich persönlich Heute nicht ganz so gut drauf bin Also mir geht es heute nicht ganz so gut Aber ich wollte es jetzt für euch noch mit abfilmen Aber wie gesagt Ihr seht es ja da drauf Wie gesagt Das ist Hier das Zeichen Alpha Empire Genau Ja Haben wir einiges mit dazu Muss man sagen Die Sache Was man aber sagen muss Gut Mit dem Foto drum und so Das kostet natürlich eine Menge Geld Aber 50 Euro Kann man dann sehen wie man will Hätte vielleicht da 45 gereicht dann Aber so an sich Ist natürlich schon eine geile Box Muss man sagen Wie gesagt Wir haben dann insgesamt Ja wie viele Tracks haben wir denn dann überhaupt drin Kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen Das steht ja nirgends wieder oder Nö Das steht nirgends Wie viele Tracks da überhaupt auf den Albumen sind Das finde ich ein wenig doof dann Wenn du gar nicht weißt wie die Tracks überhaupt heißen Hä Ich werde euch auf jeden Fall Wenn ich das Video schneiden werde Werde ich euch dann nochmal die Trackliste nochmal reinhauen Dass ihr da nochmal Bescheid wisst Aber wie habt ihr es gerade gesehen Die CD hat schon angefangen Mal runter zu plattern Das ist halt so vom Nachteil Ja Wird gern wissen was ihr davon haltet Ich finde die an sich cool die Box wie gesagt hätte vielleicht ein bisschen günstiger sein können aber so jetzt an sich ist es schon trotzdem mehr wert wie manche andere mit ihrem nicht vorhandenen booklet beziehungsweise wenn halt bloß so ein mini me booklet ist und so ein großes fotoalbum mit der qualität sollte auch was kosten das ist klar und von daher haut rein meine lieben euer Mimilux1, tschüss ja